Guten Morgen, mein Name ist Erich Herzog von der Firma Herzog. Ich möchte Ihnen heute mal unsere Ausstellungsstücke zeigen, die wir vorstellen auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Wir haben hier unser Toskana Air, ein Luftzelt, das wir in Deutschland produzieren mit Material, Tenkade und alles in hochwertiger Verarbeitung und natürlich in verschiedenen Größen. Dann haben wir hier unser Topmodell Revell Star Plus mit den bekannten Vorzügen. Das ist ein Markisenzelt, wo Sie einfach aufbauen können. Das Gestänge ist integriert in der Schiene und die Seitenwände werden eingezogen in den Wohnwagen und mit Reißverschluss zugemacht. Dann haben wir hier unser Demo-Modell. Da kann der Besucher, wir bauen das alle zwei Stunden auf und führen das vor, wie schnell das aufzubauen ist, das Travel Star, und haben hier eine sehr gute Resonanz. Dann haben wir hier das Busfortzelt, das Magellan, das ist auch aus Luft, hat ein sehr kleines Packmaß und ist super schnell aufzubauen. Gibt es in verschiedenen Größen. Also wir zeigen hier immer nur einen kleinen Mehrschnitt von unserem Programm. In Wirklichkeit haben wir viel mehr Busfortzelte, wir haben verschiedene Varianten an Travel Star und beim Toskana gibt es auch noch verschiedene Modelle, aber aufgrund der Fläche können wir hier nicht alles zeigen. Dann haben wir hier unser Engadin. Das ausgestellte Modell ist jetzt hier das Engadin PC. Das gibt es dann auch noch als Engadin Plus mit Alu-Gestänge. oder mit Holzgestänge. Dazu haben wir auch noch parallel ein Sondermodell, das heißt Terole, welches sehr vom Preis attraktiv ist. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an uns wenden oder direkt beim Händler auch fragen oder Sie besuchen uns in Düsseldorf auf der Messe. Vielen Dank.